So, die dritte Übungsaufgabe zur vollständigen Induktion, A53c, wieder gilt N Element N, weswegen mein Induktionsanfang wieder gilt für N gleich 1. Da bilde ich jetzt also die Aussage A1. Indem ich für N gleich 1 einsetze, erhalte ich J ist gleich 1 und jetzt 2 mal 1 ist 2, minus 1 ist 1. So, und dann habe ich hier stehen, minus 1 hoch J, minus 1 und hier J². Also es wird erstmal nur das N eingesetzt und nicht etwa das J. Hier muss ich wieder für das N die 1 einsetzen, einmal 2, minus 1. Ich kann auch hier schon ein Fragezeichen hinmachen und sagen, ist zu zeigen. Wenn ich ganz korrekt sein will, weiß ich ja noch nicht, ob das gilt. So, und wenn ich jetzt äquivalent hinschreibe, kann ich jetzt für die Reihe ausschreiben. Die Reihe besteht nur aus einem einzigen Glied. Jetzt muss ich für J1 einsetzen, 1 minus 1 ist also 0. Das heißt, hier steht minus 1 hoch 0 und hier steht 1² und das ist gerade 1 mal 1 ist 1. Ja, und jetzt sehen wir 1 hoch 0 ist, 0 ist gerade, deswegen ist das eine 1. Und dann haben wir äquivalent 1 gleich 1 und das ist eine wahre Aussage, womit der Induktionsanfang passt. So, wir sind bei der Induktionsvoraussetzung und das ist die Aussage aN und die können wir grundsätzlich kopieren. Das ist nichts anderes und das ist immer so als unsere Aufgabenstellung. Und dahinter müssen wir dann eben noch sagen, gelte für ein n-Element n. Da sollten wir immer dran denken, in der Aufgabenstellung steht n-Element n. Das kann auch n-Element z heißen oder das kann auch, was weiß ich was, n größer gleich 7 heißen. Da sollte man immer noch mal hingucken, ob es wirklich, oder n0 zum Beispiel, da kann alles Mögliche stehen. Das muss nicht unbedingt immer für alle natürlichen Zahlen sein. So, wir sind beim nächsten, beim Induktionsschluss. Das ist der aN plus 1. Und jetzt müssen wir aus n, n plus 1 machen, das j aber lassen. So, und hier wäre natürlich immer Fehler gemacht. j gleich 1 bis 2n plus 1. Das hier nochmal hin erklärt. Das macht man natürlich im Kopf. 2 mal n plus 1, ähm, minus 1. ist also 2n plus 2 minus 1 und das ist 2n plus 1. Ja, und an dieser Stelle passieren häufig eine ganze Menge Fehler. Ja, und da hat mein Rechner auch einen Fehler gemacht. Der hat nämlich hier die Kästchenbreite vergrößert und ich weiß nicht was. Ich weiß echt nicht, was mein Rechner da eben gerade gemacht hat. Das weiß ich auch nicht, ob ich das nochmal hinkriege. Ja, muss ich mal später sehen, was ich da mache. Ich schreibe jetzt erst mal weiter. So, dann haben wir hier minus 1 hoch j minus 1 bleibt und j Quadrat bleibt. Und jetzt muss ich für n, n plus 1 einsetzen. Deswegen steht hier n plus 1. Und jetzt wieder dasselbe aus 2n minus 1 wird 2n plus 1. Die Rechnung, die ist ja noch links, ist ja dieselbe Rechnung. Hier ein Fragezeichen drüber und dann ist dann zu zeigen. Ja, was machen wir jetzt? Wir formen diese Aussage äquivalent um. Ja, und da wird uns nichts anderes übrig bleiben, als zwei Glieder abzuspalten. Das ist jetzt also die Reihe von j gleich 1 bis 2n minus 1 von minus 1 hoch j minus 1 und j Quadrat. So, und jetzt muss ich erstmal den um 1 erhöhen. Das heißt, jetzt muss ich für j 2n einsetzen. Minus 1 hoch 2n minus 1 mal 2n zum Quadrat. Und jetzt muss ich für das j noch 2n plus 1 einsetzen. Das ist also jetzt ziemlich eng alles. Ich versuche es mal ein bisschen weiter rüber zu schieben. So, also ich spalte zwei Glieder ab. Einmal das Glied mit 2n und einmal das Glied mit 2n plus 1. Jetzt muss ich also 2n plus 1 einsetzen für das j. Das ist minus 1. 2n plus 1 minus 1. Das hebt sich weg. Und dann habe ich hier 2n plus 1 zum Quadrat. Ja, und das ist wieder gleich n plus 1 mal 2n plus 1. Von mir aus auch mit Fragezeichen. So, jetzt können wir die Induktionsvoraussetzung einsetzen. Die Induktionsvoraussetzung ist also n mal 2n minus 1. Dann kann ich gucken, was das minus 1 macht. Das ist eine ungerade Zahl. Deswegen steht jetzt hier ein Minus. 2n plus 2n Quadrat. Und die nächste, minus 1 hoch 2n ist positiv. Deswegen steht da plus 2n plus 1 Quadrat. Und das ist wieder gleich n plus 1 und 2n plus 1. Jetzt gucke ich, ob ich durch irgendwas teilen kann. Das sieht nicht so aus. Also komme ich auf die Idee, ich multipliziere alles klein. Und dann müsste ich hoffentlich auf eine richtige Aussage kommen. Wenn ich jetzt also einen gemeinsamen Summanden abziehen könnte, oder wenn ich jetzt hier vorteilhaft durch n, n plus 1 oder 2n plus 1 teilen könnte, weil das in allen Termen vorkommt, dann würde ich das machen. Jo, wird das alles jetzt einfach ausmultipliziert. Die Brutale Methode. Das ist 2n Quadrat. Dann steht hier minus n, minus 4n Quadrat. Plus, binomische Formel, 4n Quadrat. 2ab ist 4n plus 1. Und das ist jetzt gleich 2n Quadrat plus n plus 2n plus 1. Jedes Glied der einen Klammer mit jedem Glied der anderen Klammer multipliziert. So, jetzt können wir uns weiter angucken, was wir da haben. Nehmen wir zum Beispiel mal n Quadrat. Dann habe ich hier erstmal eine 2. Dann habe ich hier eine minus 4. Dann habe ich hier eine plus 4. Und dann habe ich eine minus 2. Jetzt nehmen wir die Glieder mit n. Die ist minus 1 plus 4. Den bringe ich rüber. Dann habe ich noch eine minus 3. So, und was kommt jetzt? Jetzt kommen die Glieder mit den Einsen. Und das ist dann... 1 und 1 kann ich gleich weglassen. Die werden nämlich auf beiden Seiten weg. Die ist gleich 0. Ich sage hier also auf beiden Seiten minus 1. Verabschiedet sich die 1. Ja, und dann sind wir bei Äquivalent 0 gleich 0. Das ist eine wahre Aussage. Also wir vergleichen, wenn wir an der Stelle hier sind, die Terme mit 2 mit n Quadrat. Dann vergleichen wir die Terme mit n. Und dann vergleichen wir die Zahlen. Und wenn alle 3 übereinstimmen, dann ist alles in Ordnung. Ja, zum Schluss natürlich noch unseren Abschlusssatz. Ich hoffe, er ist noch da. Nachsatz über vollständige Induktion gilt die Aussage an für alle n Element n. Ja, wir gehen auch hier nochmal alles durch. Die Aufgabe war etwas schwieriger. Nicht wirklich schwierig, aber etwas schwieriger als die beiden ersten. Der Induktionsanfang, denke ich, lief relativ reibungsfrei. Da waren keine großen Schwierigkeiten drin. Die Induktionsvoraussetzung läuft immer reibungsfrei, weil ich die Aufgabenstellung abschreibe. Der Induktionsschritt, den kann man natürlich ohne weiteres immer hinschreiben, indem man für n n plus 1 einsetzt. Muss man aber bei dem Term 2n minus 1 entweder im Kopf oder schriftlich die Rechnung machen und dann nicht einfach zum Beispiel 2n hinschreiben und die minus 1 weglassen. Ja, wenn man also dann den Term 2n minus 1 richtig in 2n plus 1 umgeformt hat, dann ist die Schwierigkeit, dass ich jetzt, wenn ich die Reihe vom Induktionsschritt und von der Induktionsvoraussetzung miteinander vergleiche, stelle ich fest, ich muss zwei Reihenglieder abspalten, nämlich den mit 2n und den mit 2n plus 1. Das ist also dazu gekommen, das ist etwas schwieriger als bisher. Ja, dann wird wieder die Induktionsvoraussetzung eingesetzt. Das sollte man übrigens auch immer kenntlich machen, wo man die Induktionsvoraussetzung eingesetzt hat. Hier würde also der Mathematiker erwarten, dass ich nochmal ausdrücklich umschreibe. Ich habe die Induktionsvoraussetzung eingesetzt. Ja, und danach guckt man halt, ob man Summanden abziehen kann, ob man durch gemeinsame Terme teilen kann. Und wenn das alles nicht geht, dann wird eben alles klein multipliziert und dann entsteht auch die totale Möglichkeit eine richtige Aussage.